Ein kleines Häuschen im Sauerland wird zur Großbaustelle ihres Lebens. Man weiß ja nie, was einen in der nächsten Ecke erwartet. Je länger sie umbauen, desto mühsamer wird's für Stefan und Katharina Jüngst. Ich glaube, der Akku ist so langsam leer. Zum Glück sind Hohgräfer und Binkenstein am Start, denn Probleme gibt's genug. Der Fußboden passt nicht rein, das Treppenmaß stimmt nicht. Katastrophe garantiert. Scheiße, scheiße, scheiße. Da müssen unsere Experten ran. Bauingenieurin Sabine Binkenstein ebnet steinige Wege in die eigenen vier Wände. Und Baufuchs Ulf Hohgräfer packt mit an. Der Schreinermeister gibt Häuslebauern Hilfe zur Selbsthilfe. Familie Jüngst, der neueste Fall für Hohgräfer und Binkenstein. Stefan und Katharina Jüngst wollen mit ihren Kindern im grünen Wurzeln schlagen. Mitten im Sauerland, in einem kleinen Nest namens Deilinghofen, nahe Hema. Sie lieben die Gegend rund um das Naturschutzgebiet Felsenmeer. Und möchten für ihre Kinder Nora und Hendrik hier ein idyllisches Zuhause. Wie in der eigenen Kindheit auch. Ich bin in Deilinghofen groß geworden und fühle mich hier wohl. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich am liebsten hierher zurückkommen. Das ist alles schon eine ganz einmalige Kombination hier, dass man zum einen halt relativ gut wegkommt, eine gute Infrastruktur hat, aber dann halt gleichzeitig auch mitten im Grünen lebt. Drei Jahre lang haben sie in Deilinghofen mal mehr, mal weniger intensiv ein Zuhause für ihre Familie gesucht. Leider ohne Erfolg. Man hat so ganz entspannt angefangen zu suchen und dachte, ach, wir gucken erstmal. Und irgendwann wurde einem dann klar, nee, somit mal nur gucken ist nicht. Und das, was wir dann gesehen haben, da war auch nie so wirklich das dabei, wo wir gesagt hätten, da schlagen wir jetzt zu. Dann half ihnen der Zufall. Bei einem Sonntagsspaziergang entdeckte Katharina ein leerstehendes Haus. Könnte ihre lange Suche damit endlich ein Ende finden? Es war Liebe auf den ersten Blick. Seit Tagen träumen Katharina und Stefan nur noch von diesem kleinen Haus in Deilinghofen. Endlich ein Nest für die Familie. Doch da sind auch ein paar Zweifel. Ist das Haus nicht zu klein für ihre Bedürfnisse? Und lässt es sich nach ihren Wünschen umbauen? Solche Fragen beantwortet Sabine Binkenstein. Die Bauingenieurin will den jungen Eltern helfen und hat sich das Objekt schon mal angesehen. Bei der ersten Besichtigung noch ohne Kamera. Heute aber wollen sie gemeinsam entscheiden, ob Katharina und Stefan zuschlagen oder nicht. So eine Art von Haus, das liebe ich ja. Echt. Ein Altbau von 1959, freistehend, mit großem Garten. Doch trotz Anbau und 150 Quadratmetern Wohnfläche erscheint es den beiden etwas zu klein. Denn die Familienplanung ist vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen. Also wir sind uns einfach nicht sicher, ob der Platz reicht, ob nicht das Zimmer fehlt, was wir gern noch hätten. Das sind so unsere großen Sorgen. Das ist etwas, was ganz viele Menschen haben, dass sie sich das einfach nicht vorstellen können, was so ein Haus hergibt. Und das sind wirklich manchmal Raumwunder, je nachdem, wie man die aufteilt. Und dann auch wirklich bis in die Spitze den Platz nutzt. Also das ist, das hat ja ein hohes Dach, das ist ja richtig, richtig Volumen oben. Sabine Binkenstein möchte den beiden ihre Bedenken nehmen und den Raum bis unter den Dachgiebel nutzen. Sie hat Pläne mitgebracht, die ein weiteres Zimmer im Dachgeschoss vorsehen. Es gibt sogar ein zweites Bad im Haus. Klingt schon mal super. Haben Jüngsts also ihr Traumhaus gefunden? Katharina und Stefan müssen das jetzt erstmal sacken lassen. Wenige Wochen später ist dann alles perfekt. Stefan und Katharina haben zugeschlagen. Am 1. November 2020 kommen sie freudestrahlend von der Schlüsselübergabe und dürfen ihr neues Zuhause endlich Freunden zeigen. Ihr Schlüssel zum neuen Glück ist gebraucht. Aber jetzt ist es endlich ihrer. Ja, war ein weiterer Weg, ne? Drei Jahre gesucht, das eine oder andere angeguckt. Erleichterung. Also ich bin einfach nur froh und glücklich und freue mich. Wird ein weiterer Weg, aber wir haben ja viele Leute, die uns da unter die Arme greifen. Der große Augenblick. Zum ersten Mal betreten Stefan und Katharina das Haus als Eigentümer. Sie haben Freunde mitgebracht, die nicht nur gucken, sondern auch helfen wollen. Und Stefan kann sich schon genau vorstellen, wie er aus dem Schlafzimmer in den begehbaren Kleiderschrank und von dort aus zur Toilette kommt. Allerdings, ein bisschen was müssen sie noch machen. Ist ein schönes Haus, es ist kernsolide, aber es wird wirklich alles gemacht. Wir machen die Heizung, wir machen alle Wasserleitungen, wir machen alles an Strom neu. Jeder Fußboden kommt raus. Wir machen alle Wände nackig. Wir kloppen Wände raus, wir ziehen Wände hoch, wir nehmen Teile des Fußbodens vom Dach weg. Es wird hinterher echt anders aussehen, als vorher, hoffe ich zumindest. Vieles davon wollen sie in Eigenregie stemmen, aber nicht ohne die Hilfe ihrer Freunde Markus, Maike und Maikes Vater Jochen. Die haben vor drei Jahren ihr Haus kernsaniert, ebenfalls mit Unterstützung von Hohgräfer und Binkenstein. Wir haben das hinter uns, ein komplettes Haus renoviert zu haben. Und wir haben ja auch fast alles selbst gemacht, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und mit dem Wissen, was wir da haben, freuen wir uns jetzt natürlich, da gute Freunde unterstützen zu können. Ja, und wir haben ja damals einfach mit Hohgräfer und Binkenstein so viel Unterstützung gehabt und fanden das so toll, dass wir dann gedacht haben, vielleicht ist das auch was für Kathi und Stefan. Rückblick. Drei Jahre ist es her, da hatten Maike und Markus ihr Häuschen in der Nachbarschaft gekauft und in Rekordzeit entkernt und ausgebaut. Auch damals half Bauingenieurin Sabine Binkenstein bei der Planung und Umsetzung. Baufuchs Ulf Hohgräfer stand den Häuslebauern mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt können wir aufräumen. Mit eisernem Durchhaltevermögen schaffte es die Familie in nur fünf Monaten Umbauzeit in die eigenen vier Wände. Jetzt wollen Maike und Markus ihren Freunden beistehen, denn vom Umbauen haben Katharina und Stefan keine Ahnung. Ich würde es mich nicht trauen, wenn ich nicht Markus an der Hand hätte. Also der hat uns ganz viel Angst genommen und zu wissen, dass er einen unterstützt, das hilft ganz viel. Und dass wir es dann lernen können, da gehe ich schon von aus. Noch ein Grund, um endlich anzustoßen. Ein Hoch auf die neuen Hausbesitzer, die sich was trauen. Wenn ich sehe, bevor du die Gläser hier machst, weiß ich auf jeden Fall, dass wir heute hier nichts mehr machen, oder? Heute nicht mehr, aber ab morgen gibt es dann keine Ausreden mehr. Schon gar nicht, wenn Baufuchs Ulf Hohgräfer anrückt. Bauherren, Helfer und Container stehen schon parat für die Abrissarbeiten. Und der Chef macht klare Ansagen. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Containern, Stein zu Stein, Holz zu Holz. Wir beiden machen jetzt oben die Wand raus, ihr macht die Holzdecken raus und die Zargen. Auf geht's. Die Holzdecken leisten keinen Widerstand. Katharina sammelt alles, was am Boden liegt, ein und bringt es häppchenweise die Treppe runter, durch den Vorgarten zum Container. Ganz schön mühsam. Bis sie entdeckt, dass Holz auch fliegen kann. Das ist viel kraftsparender und macht gleich viel mehr Spaß. Beim Abriss der massiven Holzzargen blutet Tischlermeister Ulf allerdings das Herz. Aber da sieht man, das war noch richtig gutes Holz früher. Nicht so ein Presssparn wie heute. Tja, die Bauherren wollen lieber alles neu und modern. Und so landen die massiven Holztüren, auch wenn's wehtut, auf dem Müll. Fleißig dabei ist auch Markus. Der hat seinen Freund Stefan am ersten Tag des Abrisses gewissermaßen eingekleidet. Jetzt rennt der Bauherr mit einer nagelneuen rosa Sicherheitsweste über die Baustelle. Ein echter Freundschaftsdienst. Für Stefan hab ich rosa gewählt, weil er gesehen werden soll. Und man soll direkt sehen, dass er hier was zu sagen hat, dass er hier der Bauherr ist. Und ja, mit dem rosa, da geht er auch nicht zwischen den ganzen Bauarbeitern verloren. Safety first hier auf der Baustelle, das hab ich bei mir zu Hause schon gelernt auf dem Bau. Und ja, das rosa ist einfach unschlagbar. Man muss es auch mit Würde tragen können. Und Stefan trägt heute noch viel mehr. Baustützen zum Beispiel. Mit Ulf will er jetzt die erste Wand einreißen. Doch vorher halten die zwei lieber nochmal Rücksprache mit unserer Bauingenieurin Sabine. Hi Sabine. Na, ihr Bauherrn, alles gut für euch? Alles fantastisch bis jetzt. Im Videocall mit unserer Fachfrau wird besprochen, was wegkommt und was fürs Design der Küche noch sinnvoll ist. Ulf zeichnet alles sofort mit. Absolut. Ja gut. Dann würde ich aber vielleicht die Rüstung jetzt nur 1,17 Meter hoch machen. Dann habt ihr oben noch Platz für eine Holzplatte als Ablage oder sowas. Sieht vielleicht ganz schön aus. Gut. Frohe Schatten. Ja, selber. Klingt gut und wird genauso umgesetzt. Ulf schneidet vor. Und Stefan versucht mit dem niegelnagelneuen Stemmhammer die Betonsteine Schicht für Schicht abzutragen. Wie ein Mauerschwecht. Nur das dauert definitiv zu lange. Also probiert's Markus mal mit Muskelkraft. Auf die altmodische Art. So hab ich mir das vorgestellt. Das geht deutlich schneller. Jetzt möcht's aber auch der Hausherr mal rustikal versuchen. Doch die Abbrucharbeit ist zäh und kraftraubend. Nicht unbedingt gemacht für einen Schreibtischtäter wie Stefan. So einen Schluck Wasser könnte ich verteilen. Also Schichtwechsel. Hier hätte vorher niemand gedacht, dass man für nur 3 Quadratmeter Wand 2,5 Stunden braucht. Geschafft. Und Stefan hat sofort Visionen. Das kann ich mir jetzt schon hervorragend vorstellen, weil ich weiß, dass wir hier dann die Küche haben werden. Und dann hoffentlich hinter mir das Kochfeld auf einer Insel stehen. Von hier links kommt der Kühlschrank. Da hinten ist die Vorratskammer. Hier kann man spülen. Wenn wir dann nach dem Einzug hier stehen und die Sektgläser hier spülen. Und durch das dann neue Fenster hier auch den Blick auf den Garten haben. Das kann ich mir jetzt schon gut vorstellen. Den Muskelkrater, der ihn morgen wohl erwartet, allerdings noch nicht. Aber ein bisschen tut's schon weh. Also fertig für heute. Am Abend ist das Haus endlich leer. Der Anfang einer langen Reise. Eines sehr frühen Morgens startet dann in der Morgendämmerung ein Abenteuer auf dem Bau. Markus und Stefan haben Großes vor und sich dafür schweres Gerät geliehen. Bevor der Winter kommt, wollen sie vor dem zukünftigen Wohnzimmer Platz für bodentiefe Fenster schaffen. Und auch wenn sie Bagger fahren schon immer faszinierte, Erfahrung haben sie nicht. Erkenntnisse im ersten Licht des Tages. Das ist gar nicht so einfach alles. Aber macht total Spaß. Der Abraum findet anfangs auch auf ungewöhnlichem Weg in die Baggerschaufel. Sie kennen sich halt noch nicht aus. Doch mit der Zeit gräbt sich Markus immer tiefer in die Materie. Stefan hat auch ein großes gelbes Spielzeug. Einen sogenannten Dumper. Eine Schubkarre mit Raupenantrieb, die ihm große Freude macht. Man hat ja nicht jeden Tag so eine Baustelle. Und da muss man das einfach mal ausnutzen, dass man mal die Gelegenheit hat, sich so eine richtig dicke Maschine in den Garten zu stellen. Zwei große Jungs erfüllen sich einen Kindheitstraum. Dabei zeigt sich, die zwei haben sehr unterschiedliches Talent im Umgang mit kraftstrotzenden Maschinen. Stefan muss letztlich zugeben, Für Bagger bin ich auch echt zu doof. Ihm fehlt dafür die Feinmotorik, sagt er. Doch im Laufe des Tages entwickelt er sich zum Experten fürs Abladen von Aushub und hat damit einen Heidenspaß. Bis der Tag zu Ende geht und die Arbeit geschafft ist. War echt ein langer Tag, sieht nicht nach viel aus, ist aber eine Menge. Hat schon echt Bock gemacht. Schon geil mit den großen Maschinen hier rumzufahren. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt jeden Tag machen wollte. Aber mal so ein, zwei Tage am Stück ist das schon so ein bisschen Männerurlaub. Ich glaube, das wird ganz gut. Der Winter zieht ein ins Sauerland. Und drinnen gehen die Arbeiten voran. Fliesen runterschlagen, die alte Heizung abbauen, Wände rausbrechen. Alle sind fleißig. Auch Kathi schlägt sich durch. Und lernt so nebenbei, sich auf dem Bau zurechtzufinden. Markus ist in diesen Tagen nur noch auf der Baustelle. Als DJ kann er während des Lockdowns eh nicht arbeiten. Also übernimmt er als erfahrener Hobbyhäuslebauer das Ruder bei den Freunden. Markus hilft uns irre viel. Es gab aber auch mal so Momente, wo wir gemerkt haben, dass wir ganz unterschiedlich arbeiten. Er ist so der Macher. Der hat in seinem Kopf den Plan und legt los. Und da bin ich manchmal echt überwältigt gewesen. Wir hatten kurz vor Weihnachten die Situation, dass wir, dass ich einfach nur zum Haus fahren wollte, um irgendwas nachzugucken. Steig aus dem Auto, guck raus, da ist das Dach offen. Und er hat sich überlegt, heute reiß mir den Schornstein ab. Zwei Tage vor Weihnachten, da musste ich schlucken. Und das war irgendwie schwierig. Auch wenn in dieser Phase nicht immer alles glatt geht, Markus ist weiterhin eine wichtige Stütze für Katharina und Stefan. Sein eigenes Haus hat er ja schließlich auch gut hingekriegt. Und wie eine Baustellenheizung und ein Döner zusammenkommen, das weiß auch nur er. Die hohe Kunst der Baustellenküche. Danke lieber Markus, dass du an mich gedacht hast. Hoogräfer und Binkenstein sind ja auch noch da. Die Bauprofis schauen regelmäßig auf der Baustelle nach dem Rechten. Heute machen sie einen Kontrollrundgang, um den Häuslebauern auf die Finger zu schauen. Markus und Stefan haben schon mit den ersten Aufbauarbeiten begonnen. Das wirft bei den Experten prompt ein paar Fragen auf. Was sind das jetzt hier für Kabel? Warum haben die dann jetzt hier diese Eckschutzschiene? Das weiß ich auch nicht. Was hält denn da jetzt was? Das frage ich mich auch gerade. Was die Stütze jetzt da in der Mitte soll, wissen wir jetzt auch nicht, ne? Das ist irgendwie auch ein bisschen seltsam. Die Experten brauchen schnelle Antworten. Und weil Stefan gerade Erkältungssymptome hat, findet die Baubesprechung per Videocall auf Distanz statt. Sabine Binkenstein kommt gleich zur Sache. Sie lässt sich von den Heimwerkern genau erklären, was die bereits gemacht haben und sagt ihnen, was sie noch alles machen müssen. Auf viele Fragen haben die Bauherren jetzt noch gar keine Antwort. Was hat man mit der Decke hier vor? Wird die auch abgehangen? Weil es ist schon eine Arbeit, diese Decke so hinzubekommen, dass ihr die einfach nur glatt habt. Ja, also das ist noch die Frage, wie man die Lampen da anbringen kann. Was würdest du denn raten? Also ich, gerade wenn man auch über Beleuchtung nachdenkt und Strahler, ich würde die so niedrig wie möglich abhängen. Apropos Decke abhängen. An anderer Stelle haben die Jungs damit schon angefangen. Und Ulf ist bei seinem Kontrollgang etwas aufgefallen. Der Baufuchs findet, die beiden machen es sich unnötig schwer. Kurze Nachfrage. Wieso habt ihr jetzt das Wandprofil unter die Deckenschienen gesetzt? Die kommen normal da rein. Das ist richtig, aber dieses Jahr machen das kreuzweise. Brauchst du eigentlich nicht. Die sogenannte Konterlattung ist der Standard, doch bei geringem Deckenabstand nicht unbedingt nötig. Die Bauherren könnten viel Material und Geld sparen, findet Ulf Ogräfer. Diese U-Profile werden auf einer gewissen Höhe, in schönen Waage, an der Wand einmal rund umgesetzt. Und bieten mir dann die Möglichkeit, dieses C-Profil hier einzuführen und mit den Deckenabhängern hier schön in der Waage abzuhängen. Das schafft mir eine ganz gerade Decke. Aber der Mensch wächst ja an seinen Aufgaben. Auch Sabine Binkenstein entdeckt noch einen Fehler. Irgendjemand hat die Baustelle bereits vermessen und neben der Tür Markierungen angebracht. Die Bauleiterin kann die Maße keinem Gewerk zuordnen. Vermutlich sind sie sogar falsch. Kurze Rücksprache mit Katharina, Stefan und Markus. Dann die Entscheidung. Wir machen jetzt einen Meterriss hierhin. Oberkante, Fertigfußboden, ein Meter. Und der liegt zwei Zentimeter drüber. Mit einem Baulaser bestimmen Hohgräfer und Binkenstein den sogenannten Meterriss nochmal neu. Das ist eine wichtige Sache im Rohbau. Bei so einer Baustelle treffen ganz, ganz viele Firmen aufeinander und jeder macht sein eigenes Gewerk. Am Ende muss das aber alles zusammenpassen. Dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen verlässlichen Meterriss hat. Das ist ein Meter über Fertigfußboden. Und diese Linie gibt später an, wonach sich alle zu richten haben. Der Fensterer mit seinem Fensteraufmaß, der Estrichleger mit seinen Höhen, der Küchenbauer. Damit am Ende alles praktisch von den Höhen her zusammenpasst. Vier Wochen später klingt ein harter Winter aus und es haben sich neue Baustellen aufgetan. Katharina und Stefan mussten im Garten Bäume und Sträucher schneiden. Sonst hätte die Brutsäsonne Vögel viele Arbeiten rund ums Haus in Stocken gebracht. Und auch drinnen soll es endlich vorangehen. Der Abriss bei Eiseskälte war hart für alle. Das hat auch schon echt auf die Stimmung geschlagen, muss man sagen. Wenn man hier dann reinkam und dann waren es hier mal knackige dreieinhalb Grad und alles ist einfach nur hinüber. Überall bröckelt der Putz runter, überall liegt Dreck. Man will gar nicht so richtig sich mit dieser kalten Ruine auseinandersetzen. Die Bauherren sind nach zwei Monaten Abriss schon abgekämpft. Doch jetzt soll ihnen der Aufbau neue Motivation verleihen. Sabine und Ulf sind extra gekommen, denn heute wird die erste Trockenwand gesetzt. Und es gibt gleich ein Problem. Eine neu eingebrachte Stahlstütze ist der geplanten Raumaufteilung im Wege. Und jetzt? Irgendwie war die Stütze auf dem Plan an einem anderen Ort, aber sind die Gegebenheiten hier anders? Und die Stütze steht etwas weiter im Raum und ja, jetzt ist das doch nicht so, wie man gedacht hätte. Aber es findet sich ja hoffentlich eine Lösung. Spontanes Umdenken bei Sabine Binkenstein. Wo fängt das Kinderzimmer an? Wo kommt die Tür zum Badezimmer hin? Und passt Stefan da überhaupt noch durch? Sabine Binkenstein plant dem Bauherrn sein Haus im wahrsten Sinn auf den Leib. Dann hat sie eine Lösung. Und die erste Katastrophe beim Ausbau ist abgewendet. Manchmal dauert das Entwickeln und Planen ein bisschen länger, vor allen Dingen im Altbau. Aber am Ende wird es immer richtig gut. Der neue Plan steht, dank Sabine Binkenstein. Wir haben jetzt lange diskutiert oben, wie diese Wand verläuft. Und ich bin so glücklich, wie es jetzt ist. Also es hat sich so gelohnt, darüber nachzudenken, das zu diskutieren, das vor Ort zu besprechen. Das ist richtig gut geworden. Ja, es kann jetzt weitergehen. Es muss jetzt weitergehen. Und es geht auch gleich weiter. Stefan ist in den letzten Monaten handwerklich an seinem Bau gewachsen. Heute wird er von Ulf in die Geheimnisse des Trockenbaus eingewiesen. Und hat sich dafür extra eine Blechschere zugelegt. Es soll nicht die einzige Wand im Haus bleiben, die er selber bauen will. Auch Sabine Binkenstein hat gerade ordentlich zu tun. Der Installateur ist da, um die Badplanung zu besprechen. Sabine hat eine 3D-Animation dabei, damit die Bauherren ihren Entwurf regelrecht erleben können. Ja, schön. Gefällt mir gut. Theoretisch ist das Badezimmer damit schon mal fertig. Und auch im ersten Stock geht's weiter. Ulf und Stefan geben richtig Gas. Wenig später steht schon die erste Trockenwand. Der Bau geht in eine neue Phase. Und Stefan und Katharina haben wieder Rückenwind. Wenn man jetzt so sieht, wie so die erste Trockenbauwand da drüben steht. Und die Sonne knallt durchs Fenster. Und man kann hier wieder im T-Shirt rumlaufen. Das tut uns allen gerade so gut. Doch noch liegt ein Riesenberg Arbeit vor ihnen. Stefan packt es an. Trockenwände baut er jetzt mit links. Und den Boden im Heizungskeller mit Epoxidharz auszugießen, das können er und Markus auch. Vieles, was sie selber machen können, nimmt Gestalt an. Dann ist der März gekommen. Und die zwei Heimwerker finden, es ist noch mal Zeit, was Schönes zu machen. Ein bisschen Männerurlaub mit dem Bagger. Das Haus muss ja ringsherum noch abgedichtet werden. Den Graben dafür per Hand auszuheben, das wäre bei dem lehmigen Boden ein Knochenjob geworden. Und außerdem macht es so auch viel mehr Spaß. Der Bagger bleibt aber eine Herausforderung. Also ich bin ja Laie. Ich bin kein Schlagzeuger geworden, weil ich nicht alle vier gleichzeitig bewegen kann. Hände und Beine, da klappt die Koordination nicht so. Und beim Bagger musst du alles gleichzeitig bewegen. Wobei ich auch die Leute bewundere, die das sieben Tage die Woche machen. Also ich habe seit dem dritten Tag Rückenschmerzen, weil es doch schon ganz schön wackelt hier drin. Trotzdem kommt Markus gut voran. Und deshalb stehen hier jetzt auch noch drei Regenwassertanks, die auch noch unter die Erde müssen. Wo es doch einmal so gut läuft. Dabei kam uns dann die spontane Idee, komm, lass uns doch noch mal eben drei so Tanks versenken. Machen wir eine klitzekleine Grube daneben. Und was finden wir? Natürlich eine richtig dicke Steinader. Daran beißt sich auch ein Bagger die Zähne aus. Plötzlich ist Schluss mit lustig. Aus der Nummer kommt Stefan jetzt nicht mehr raus. Also hämmert er sich per Hand, mühsam, manchmal nur zentimeterweise durch den harten Fels. Er hätte es ja eigentlich wissen können. Wir haben hier den guten Deininghofer Steinboden. Das ist ein richtiger Gegner. Rundum, wenn man sich hier überall mal umhört, sagen alle, ja wir haben keinen Keller. Da waren die Steine im Weg. Und wir sind jetzt, den ersten Meter haben wir gut geschafft mit Maschinen. Und jetzt ist Stefan die ganze Zeit von Hand dran und bricht den Boden auf. Zentimeter für Zentimeter, das ist eine Hausnummer. Und das ist Sport. 60 Zentimeter muss er noch. Ganz egal, welchen Widerstand der harte Fels leistet. Eine Woche Extraschichten kostet ihn seine leichtsinnige Entscheidung, mal eben ein Loch zu buddeln. Die tagelange Schwerstarbeit geht ordentlich auf die Knochen. Wenn man abends nach Hause kommt, dann tun einem die Knochen weh. Wenn ich den ganzen Tag hier von der Maschine durchgerüttelt werde und dann abends die Augen zumache, dann rüttelt das Bild vor den Augen manchmal auch noch ein bisschen mit. Zwölf Kubikmeter Fels bricht er am Ende aus der Grube, bis die Tanks endlich Platz haben. Diesen Männerurlaub hatten sich die beiden eigentlich anders vorgestellt. Im April kommen dann auch die Dachdecker. Und weil das Gerüst schon mal steht, werden auch gleich die Fenster vergrößert. Für solche Arbeiten gibt's auf dem Bau eine klare Arbeitsteilung. Die Hausherrin, die weiß immer, wie die Maße sind. Wir können nur Löcher machen. Genau, wir machen die Löcher und sie sagt, wohin. Das klappt so aber auch ganz gut. Heute wird der Durchbruch für die Terrassentür gestemmt. Ich gehe jetzt mal die Motivation suchen. Als die gefunden ist, geht's los. Katharina zeichnet nur noch an und überlässt den Rest den Männern. Denn sie ist seit kurzem schwanger. Mit Kind Nummer drei. Stefan und Markus schlitzen zunächst die Fassade, damit die von außen keinen Schaden nimmt. Dann stemmen sie ein Loch in die Mitte. Von da aus arbeiten sie sich mit Vorschlaghammer und Säge Stück für Stück durch die Außenwand. Und nach einem halben Tag ist aus dem kleinen Loch ein Riesendurchbruch geworden. Mittlerweile reine Routine für die zwei. Gut, Feierabend. Am Ende macht das 60 Euro für die Einzelnen. Total toll, dass man hinterher dasteht und sagt so, jo, das habe ich dann gemacht, das Loch. Und das Aufmauern danach habe ich dann auch noch gemacht. Und dann sieht man halt wirklich, was man da selber gemacht hat. Und da ist man dann auch stolz drauf. Ursprünglich wollte Stefan gar nicht so viel am Haus selber machen. Jetzt geht nach und nach sein ganzer Jahresurlaub drauf. Im Corona-Lockdown wird die Logistik zunehmend schwierig. Stefan und Katharina wollen eine Badausstellung besuchen, brauchen dafür aber extra einen Termin und einen Corona-Test. Dafür haben sie den Laden dann aber auch ganz für sich. Und staunen, welcher Luxus möglich wäre, wenn sie den Platz und das Geld hätten. Das ist unser Badezimmer von der Fläche her, glaube ich. Genau. Fast eine Badewanne rein. Da waschen wir dann die Hände. Von der Nasszelle bis zur Wellness-Oase. Die Ideen sind unerschöpflich. In puncto Design, Komfort und Ausstattung. Verführerisch. Ja, man sieht auch immer die schönen Sachen ausgestellt. Und wenn man sich dann da in die Dinge, die ausgestellt sind, verliebt. Das ist wie beim Pkw-Konfigurator. Man haut erstmal alles an Extras rein und dann macht man es raus, bis es preislich passt. Und was beim Auto die Probe fahrt, ist in der Badausstellung das Fühlen und Erleben. So, Sabine Winkenstein hat gesagt, wir sollen uns einfach auch mal auf alles draufsetzen, Stefan. Auch auf die Wasserhähne? Auch auf die Wasserhähne. In der Badausstellung laden ganze Toilettenreihen zum Probesitzen ein. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Machen wir das dann auch so im richtigen Badezimmer? Warum nicht? Gibt ja auch Doppelwaschbecken. Und nebenan wäre dann ja auch noch Platz für die Kinder. Lass mal tauschen. Nicht jeder Deckel passt bekanntlich auf denselben Topf. Das ist besser. Die Badplanung könnte auch eine längere Sitzung werden. Die beiden haben viele Fragen. Welche Armaturen sollen es sein? Ist so ein einziehbarer Brauseschlauch für Kinder geeignet? Und in welcher Wanne finden auch Stefans lange Beine Platz? Jüngsts sind nicht gerade entscheidungsfreudig und zweifeln ab und zu auch an längst beschlossenem wie Binkensteins Bäderplan. Doch mit dieser Besichtigung kommt die Einsicht. Das war jetzt noch mal so der Punkt, wo wir auch noch mal auf die Sabine Binkenstein hören und ein schräges WC platzieren. Und dass alles einfach viel besser passt. Hat sich jetzt nach vielen Wochen des Umplans und Hin und Herüberlegens dann doch gezeigt, dass das, was die Sabine da ursprünglich geplant hatte, schon genau das Richtige für den Raum war. Sie weiß halt, was sie tut. Zwei Monate später ist viel passiert im Haus jüngst. Die Fußbodenheizung liegt, alle Durchbrüche sind gemacht und überall sind die neuen Fenster drin. Der Innenausbau ist in vollem Gange. Haustechnik und Elektrik machen auch Fortschritte. Die Badezimmer könnten schon viel weiter sein, doch Stefan und Katharina konnten sich bisher nicht auf die Fliesen einigen. So lange hat das kleine Monster, das hinterm Waschbecken wohnt, noch freie Sicht auf die Baustelle. Jüngst sind gerade einfach durch. Ich glaube, der Akku ist so langsam leer. Das sind jetzt schon viele Monate, die man hier ackert und schuftet ohne Pause, ohne Auszeit. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der so langsam problematisch wird. Lange waren die Fortschritte am Bau kaum sichtbar. Doch heute soll es richtig weitergehen. Die Estrichleger sind da. Den Boden gerade und gleichmäßig abzuziehen, das haben Stefan und Katharina lieber Profis anvertraut. Weil hier eine spezielle Fußbodenheizung verbaut wird, muss der Estrich besonders dünn werden. Erst einmal scheint alles glatt zu gehen. Doch kaum sind die Arbeiter weg, stellen Stefan und Katharina fest, der Aufbau des Bodenbelags ist zu dick. Krisensitzung mit Hohgräfer und Binkenstein. Unsere Experten sehen den Fehler sofort. Der Estrichleger hat es ein bisschen gut gemeint. Der hat das jetzt sehr hoch gelegt. Und ich zeig dir das mal eben. Wir stehen jetzt hier gerade vor der Balkontür. So, wenn wir jetzt die Tür öffnen würden. Dann schleift es, wenn erst mal die Fliesen liegen. Der Estrichleger hat sich wohl nicht an Binkensteins Meterriss gehalten. Muss der Estrich nur neu verlegt werden? Wer soll das bezahlen? Stefan und Katharina sind verunsichert und einfach nur sauer. Dann bespricht man alles klipp und klar bis ins letzte Detail. Und dann kommt trotzdem so ein Käse dabei raus. Und das ist so doppelt ärgerlich. Wenn ich selbst irgendwas hier verkackt habe und dann einen Tag mehr gearbeitet habe dadurch, dann bin ich selbst schuld. Aber wenn man das halt einem Profi abgibt und dann kommt da so ein Käse dabei raus, das macht nicht so viel Spaß. Sabine Binkenstein wird darauf drängen, dass der Estrichleger wenigstens nachbessert. Der wochenlange Streit zehrt an den Nerven. Besonders bei Katharina. Jetzt in der Schwangerschaft mit den Hormonen, da überkommt es mich manchmal. Und da fand ich es ganz hilfreich, dass das Telefonat mit Sabine Binkenstein, dass die einfach mal sagt, so jetzt versuchen wir mal runter zu kommen. Jetzt gucken wir, was sind die eigentlichen Probleme und was sind Probleme, die nicht wirklich da sind. Und das ist dann immer hilfreich, dass man nicht durchdreht. Weil das ist durchaus möglich. Trotzdem, immer Haltung wahren. Dabei sind die beiden längst in ihrem Grenzbereich. Im Sommer, drei Wochen vor dem geplanten Einzug, sieht das Haus von außen schon wie ein kleines Schmuckstück aus. Drinnen kann endlich auch der Fliesenleger loslegen. Sabine Binkenstein hat mit dem Estrichleger verhandelt. Er hat den Boden abgeschliffen und die Gewährleistung übernommen. Ein guter Kompromiss. Es hilft immer, ein klärendes Gespräch zu führen. Ein, zwei Telefonate. Dann haben sich manche Sachen schon ganz schnell geregelt. Ohne große Aufregung. Weil alles andere macht keinen Sinn. Und ein Rechtsstreit schon mal gar nicht. Ulf und Stefan wollen heute das Parkett verlegen. Als das geliefert wurde, bekam Katharina erst mal einen Schreck und vermutete gleich die nächste Katastrophe. Ich bin in die Garage gekommen und guckte mir die an und dachte, das kann doch nicht sein. Wir haben doch nicht so ein helles Parkett bestellt. Was ist da falsch gelaufen? Habe ich mir noch die Artikelnummer angeguckt. Bis mir dann irgendjemand sagte, dass das einfach nur die Rückseite ist. Gott sei Dank hat alles im Leben ja auch eine 2. Seite. Und die soll jetzt verlegt werden. Nur in welcher Richtung? Wenn die jetzt so zum Licht legen, sehe ich die Fugen dann weniger. Wenn die so zum Licht legen, sehe ich die Fugen dann mehr? Eher andersrum. Okay. Ich glaube einfach, das ist so diese Längsfugen zum Licht hin. Die nimmst du immer mehr wahr, als wenn das quer ist. Und ich sage mal, auch bei dem Querschnitt hier von dem Raum, der ist ja ein bisschen länger, wie er breit ist. Das heißt, wir würden den jetzt optisch noch schmaler machen. Die Gegenprobe vor der Terrassentür bringt es schnell ans Licht. Ich finde das als Bild vor der Tür einfach schöner, als wenn die so stumpf da drauflaufen. Finde ich gut so. Ja, deutlich besser. Machen wir so richtig. Damit ist die Entscheidung klar. Zum Glück haben unsere Bauherren einen Fachmann an der Hand. Und der verliert keine Zeit. Wir stecken jetzt mal drei Reihen zusammen. Und dann geben wir Kleber an. Kaum gedacht, schon gemacht. Ulf schlägt ab der ersten Reihe gleich ein hohes Tempo an. Da kann der Hausherr nur noch staunend zuschauen. Im Nu sind die ersten Reihen verlegt. Dann ist Stefan dran. Er soll ja schließlich auch was lernen. Den Kleber mit dem Zahnspachtel gleichmäßig zu verteilen, fällt ihm schwer. Für Ulf dauert das eine gefühlte Ewigkeit. Dabei hält er Stefan eigentlich für einen guten Heimwerker. Ja, ich glaube, da hat der Ulf schon den ein oder anderen Handgriff mehr drauf als ich. Meine Hände kleben, seine nicht. Da merkt man dann schon die Erfahrung. Mit so verklebten Fingern das teure Paket anfassen? Keine gute Idee. Also arbeitet Ulf ab jetzt lieber alleine und zügig weiter. Schließlich will die Familie hier ja in drei Wochen einziehen. Der Baufuchs macht das dann mal schnell. Ulf legt uns in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit das Paket. Da ist ein Raum nach dem anderen weg. Jetzt schaffen wir heute sogar schon das Wohnzimmer. Man kann halt manchmal schon fast so einen Haken hinten an die Räume dran machen. Bei den Holzfußböden auf alle Fälle. Den Job hat Ulf gemeistert. Und damit auch Katharina ein Strahlen ins Gesicht gezaubert. Wow, darfst du drauf treten? Ja, darfst. Super, sieht das aus. Ist ja da im Boden. Gefällt es dir? Sehr schön. Ich glaube, es ist gut. Ich finde auch. Es kommt dem Einzug jetzt näher und macht das alles etwas realistischer. Eine Sorge weniger. Ende August ist es endlich soweit. Familie Jüngs zieht um. Ein großer Tag für alle. Und eigentlich würde man heute nichts als Vorfreude auf das neue Zuhause erwarten. Aber irgendwie will bei Packen und Einladen keine gute Laune aufkommen. Am Freitag wurde die Küche aufgebaut. Das war sehr, sehr schön. Da war hier alles noch schön aufgeräumt. Und man kam hier rein, es war ein Traum. Und dann startete natürlich direkt der Umzug. Und jetzt sind wir hier mitten im Chaos. Die Küche ist gerade das Einzige, was hier funktioniert. Ansonsten ist das Haus immer noch lange nicht fertig. Die Elektrik muss noch gemacht werden. Im Badezimmer funktioniert nur die Toilette. Und im Dachgeschoss sind die Kinderzimmer noch lange nicht bezugsfertig. Familie Jüngst ist auf eine Baustelle gezogen. Die finanzielle Doppelbelastung von Haus und Miete wurde zu viel. Die ganze Familie hat die erste Nacht im Elternschlafzimmer kampiert. Allerdings ohne Licht und mit trüben Gedanken. Ich konnte die erste Nacht nicht schlafen, so richtig. Ich habe mich so drauf gefreut. Wir haben auch, glaube ich, erst um 21 Uhr entschieden, dass wir die Matratzen jetzt noch holen. Da war ich so motiviert und dachte, das wird super. Und richtig gut geschlafen habe ich nicht. Ich habe mich auch irgendwann um halb eins ins Bett gelegt und habe die erste Stunde erst mal nur die Muskelkrämpfe versucht, irgendwie mit denen wieder rauszukriegen. Jetzt versuchen sie einfach, ihr ganzes Hab und Gut irgendwie im Haus abzuwerfen. Auch das Wohnzimmer wird erst mal zur Abstellkammer. Mühsam versuchen sie, ein bisschen System ins Chaos zu bekommen. Und jetzt ist die Luft raus. Also ich bin fix und fertig. Ein paar Wochen später haben sich Ulf Hohgräfer und Sabine Binkenstein angekündigt. Ich freue mich jetzt richtig, das zu sehen. Ja, ne? Zehn lange Monate haben sie die Arbeiten in Deininghofen begleitet. Jetzt schauen sie nach, wie die Familie so wohnt. Hallo. 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 Willkommen wir reinkommen? Ja, klar. Upsa. Das war ja schon derbe. Ja, unsere Experten fallen gleich mit der Tür ins Haus. Wow. Ja. Meine Herren, echt. Hat sich einiges getan, ne? Ja, an der Ecke können wir noch ein bisschen arbeiten, ne? Das bleibt so. Lea, weil sonst? Toll. Wahnsinn. Und? Wie schlaft ihr? Ich schlafe gut vor, lasse Erschöpfung. Auf jeden Fall. Ne, wir fühlen uns wohl. Aber es ist noch nicht so viel Zeit zum, wir genießen das jetzt, sondern es ist noch viel Arbeit. Oh ja. Das Highlight des Hauses ist auch gleichzeitig der einzige fertige Raum im neuen Heim. Ich bin so froh, dass ihr den Raum genommen habt als Küche, wirklich. Und ich bin sowieso total happy, wie du uns die Küche geplant hast. Das habe ich dir auch schon geschrieben, dass jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, ich mir denke so, boah, cool, dass das so geworden ist und dass nicht hier irgendwie so ein totes Esszimmer ist oder irgendwie ein anderes. Ja, da wärt ihr nie in einem Esszimmer. Genau. Nie. Stattdessen steht jetzt im größten Raum eine topmoderne Küche mit der schönsten Aussicht im Haus. Weiter geht die Führung. Im Obergeschoss sind Katharina und Stefan noch nicht sehr weit gekommen. Nur eines der drei Kinderzimmer ist bisher fertig. Die fehlenden Zimmertüren sind hier das kleinste Problem. Tja, und das Badezimmer? Da ist noch der eine oder andere Handschlag zu tun. Das glaube ich aber auch mehr als das. Wie macht ihr das denn mit dem Badezimmer? Ich meine, ihr wohnt doch hier. Und es ist ja gar kein Badezimmer irgendwie fertig, ne? Nee, ich mache dann abends immer noch einen Ausflug zur Mama. Du und die Anne? Ja, ich auch. Zum Duschen. Für die Katzenwäsche der Familie muss die Gästetoilette erstmal reichen. Ein bisschen Weg liegt also noch vor ihnen. Ganz ehrlich, es hat sich doch gelohnt, oder? Auf jeden Fall. Aber ihr müsst es nicht nochmal machen. Also gut war, dass man das vorher nicht absehen konnte, wie schwierig diese Zeit wird. Dass man da so ein bisschen naiv auch drangegangen ist. Nachdem man halt einen normalen Arbeitstag hinter sich auf der Arbeit vollbracht hat, dass man danach halt nochmal einen Arbeitstag auf der Baustelle einlegt. Und dann ist endlich Wochenende. Und man kann das ganze Wochenende auch noch durcharbeiten und den Urlaub verbraten. Das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten, dass man sowas durchhält. Da merkt man dann selber auch, was in einem stecken kann, wenn es denn sein muss. Mit Unterstützung unserer Profis sind die beiden über sich hinausgewachsen. Eure Begleitung ging ja auch immer über dieses Fachliche hinaus. Ihr hattet ja auch immer ein ganz gutes Gespür dafür, was so mit uns los ist. Ja, wir mussten euch ab und zu mal ein bisschen wieder runterholen. Das war ganz hilfreich. Vielen Dank dafür. Gerne. Im Oktober 2021 ist dann der wichtigste Baustein fürs Familienglück gelegt. Stine ist geboren. Und im Haus hat sich was getan. Auch wenn die Türen immer noch auf sich warten lassen, das Bad im Dachgeschoss ist fertig. Und das Elternbadezimmer jetzt wenigstens nutzbar. Den Rest der Arbeiten werden sie jetzt auch noch stemmen. Familie Jüngst ist endlich angekommen in ihrem neuen Heim. Ja. Ja.